Offener Brief vom Bürgermeister zur Zusammenlegung. Franz Angerer fordert die Bürger von Scherding, St. Florian und Brunnental auf, die Zusammenlegung der Gemeinden per Bürgerentscheid zu beschliessen. Pockinger Fotofreunde im Granitmuseum. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird in einer Fotoausstellung im Scherdinger Granitmuseum deutlich. Das Museum ist täglich von 8 bis 18 Uhr kostenlos geöffnet. Kultur im Erlebnisturm Freinberg. Die Gruppe Farbgestalten spannt in der Ausstellung »Bunter wird's immer« einen Bogen übers Jahr und will mit ihrer Kunst die Grenzen der Realität verschwinden lassen. Zusammenarbeit wird unterstützt. Für grenzüberschreitende Projekte stellt die EU Fördermittel in Aussicht. Sechs Interreg-Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Millionen Euro wurden beantragt. Kleinprojekte können noch bis Mitte Oktober eingereicht werden. Kinderferienaktion der Stadt Braunau. Ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Freizeitprogramm für die Sommerferien bietet die Kinderferienaktion in Braunau. Meister der Landwirtschaft in Pollink. Der Quereinsteiger in der Landwirtschaft, Simon Kneissl, punktete bei der Fachjury durch seine prozessorientierte und klar gegliederte Meisterarbeit. Räder Kicker trainieren in Windisch-Garsten. Noch bis Ende Juni sind die Fussballer des SV Gunthermatik Ried im Trainingslager in Windisch-Garsten und wollen die Zeit nutzen, um sich spielerisch weiterzuentwickeln. Wir teilen. Untertitelung des ZDF, 2020